Und wenn es so schön ist, gibt es gerade noch eine Runde. Willkommen bei Coonman Let's Play City Skyline Green City Has Game. Ja, wir sind erfolgreich am Wachsen. Heute habe ich mir vorgenommen, dass wir unser U-Bahn-Netz erweitern. Und zwar um den Hauptbahnhof. In diesem Sinne machen wir hier einfach ganz lässig eine Strecke hier runter. Geht dann mal da... Ah, jetzt habe ich noch eine andere Idee. Jetzt könnten wir das natürlich sehr sehr schlau machen. Und tun es entsprechend da, wo wir unsere Zeppelin Stationen haben, natürlich. U-Bahn-Stationen machen. Haha, wie findest du das? Einmal so. Einmal so beim Bahnhof natürlich. Einmal da hinten in der Freizeit. Sehr gut, sehr sehr gut. Und dann können wir schauen, wie wir das Ganze neu verbinden können. Ich sehe, da unten haben wir noch irgendwie ein Problem mit Sicherheit und Strassenanbindung grundsätzlich. Ja, das verstehe ich. Ähm, das tun wir ganz kurz noch anschliessen. Und das schliessen wir an. Ich dachte eigentlich, wir machen hier so eine schöne fette Allee. Allee, 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 Allee. Und zwar so richtig schön da hin zum Bahnhof. Und jetzt wird das mit der Polizei und dem Abfall eigentlich auch gelöst sein. Aber wenn nicht, dann machen wir einfach ein kleines Polizeistationchen da. Hm? Besser? Gut. Super. Auch da hinten könnten wir mal wieder etwas machen, so in diese Richtung. So. Sehr gut. Also, wunderbar. Also, was haben wir grundsätzlich machen? Äh, U-Bahn. Genau. U-Bahn, Tunnel, super. Also, jetzt haben wir hier eine Station hier und eine hier. Dann würde ich sagen, fahren wir hier ein wenig runter. Dann gemütlich hier rüber. So. Dann... Dann... ... vielleicht so hier rüber. Dass das verbunden ist. Gut. Und da... So. Dass das auch verbunden ist. Sehr gut, dann haben wir das erweitert. Dann würden wir hier unten natürlich noch eine Spur so machen. Und entsprechend... So. Und dann hier kurz ein wenig weiter ausholen. Das machen wir hier beim Güterbahnhof noch eine Station. Und hier geht dann nachher hin. Von da. Wieder die die Bahn. Gut. Jetzt können wir eine neue Linie machen. Also, jetzt machen wir mal eine. Von da. Noch 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 da. Und dann... Ich komme sie wieder nach hier. Sehr gut. Jetzt haben wir eine grosse Linie gemacht. Das läuft eigentlich von daher. Die Züge fahren auch schon ein und aus. Von daher kommt das gut. Ja und unsere Stadt lebt und macht und tut und gedeiht. Sehr schön. Jetzt haben wir hier eine Stubbahnstation. Das ist gut. Vielleicht machen wir hier noch einen Fussweg oder etwas. Hä? Dass die nicht alle Strassen aufhalten müssen. Ist das so irgendetwas da? Warte mal, nein. Das ist nicht das. Wo haben wir das gehabt? Ist das da gewesen? Pflasterweg? Ja. So, da ist es. So. Jetzt haben wir hier den Weg, wo die Leute herumlaufen können. Es kommt gut, es kommt gut. Und dann würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir hier wieder für Gebiet machen können. Jetzt machen wir hier etwas Zonen, etwas Blau. Sehr gut. Und dann haben wir gesagt. Irgendwann wollen wir hier hinten mal die Industrie ausweiten. Und ich glaube, das ist langsam ein guter Zeitpunkt. Auch die Wohngebiete können wir eigentlich dann noch etwas erweitern. Von daher. Da haben wir ja ein paar, die wir anmalen können. Das ist relativ einfach. Machen wir doch das so. Mehr Wohngebiete, mehr Steuern. Du weisst, wie es läuft. Wir haben sich gefragt. So wie es aussieht. Wie sieht es aussieht mit Parks? Dann da hinten vielleicht noch einer. Sehr gut. Ah, das ist eine gute Kreuzung. Okay, gut. Was soll ich hier machen? Ich muss etwas machen. Oh, das zeigen wir mal. Ja, das ist schon mal gut so. So, das geht raus. Aber dann das Grüne. Dann müssen wir jetzt sagen, wir machen hier... So. Bis es dann besser ist. Oh, Strom. Okay. Oh, es brennt. Oder was? Was ist das für ein Zeichen? Das kommt gar nicht daraus. Gut. Es brennt. Eben. Also. Was haben wir denn da? Löschhubschrauberdepot. Sehr cool. Wir haben ja eigentlich in der Nähe, oder? Oh. Oh, das ist auch unterbrochen. Darum... Wieso sagt das keine? Nein. So. Schau, hier haben wir die Lösch-Helikopter. Das kommt gut. Das ist recht. Einiges abgefackelt da. Aber jetzt kommt es langsam wieder gut. Dank dem Einsatz unserer Feuerwehr. Herrlich. So. Und der See. Langsam kommt er wieder. Die brauchen die Mitarbeiter. Weiter. Ja, dann können wir doch da mal wieder ausbauen. So. Und zwar. Haben wir auf der einen Seite hier oben das Villenviertel. Das machen wir auch so. Bis da vorne. Und dann... So. Und ich glaube, am besten ist es, wir machen es von vorne so rein. Aber gerade. Warte mal. Vielleicht neben da. Vielleicht neben da. So. Das dann so. Und vielleicht so rein. Wir haben hier schon alles vorbereitet für die Besiedlung. Wir sehen jetzt aus mit Wasser. Und hier haben wir hier. Also. Wir sehen uns. Und hier haben wir mal hier. Und hier haben wir die Maske. Und hier haben wir die Maske. Da kann man eigentlich auch ein wenig besiedeln, besütteln. Sehr gut. Ja, aber es wächst und wächst und macht und tut. Ich bin fast ein wenig stolzer für unsere Stadt hier. Wirklich cool, wirklich, wirklich cool. So, wie habt ihr gesehen? Da sind noch grosse Ausmalse an. So, der Bahnhof funktioniert auch sehr gut, finde ich toll. Von dem her ist es eigentlich cool. Und bald müssen wir mal schauen, was wir hier für Spezialgebäude haben. Wie zum Beispiel so einen orientalischen Perleturm. Das würde sich auch noch gut machen, oder? So, irgendwo. Wie sieht es jetzt aus, zeigen wir. Sehr, sehr cool. Da kann man vielleicht sogar hier sagen. Jetzt machen wir den Weg von hier. Hier. Da kann man das auch noch anschauen. Und hier haben wir wirklich, wirklich coolen Ecken. mit dem Strasschen da, der direkt runter an die Beach geht. Hier haben wir Hotels und Restaurants, die sich bilden. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, und da würde ich sagen, machen wir dann da sicher noch ein wenig weiter an dieser Strasse da. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal so eine Art, wie willst du sagen? Strassenbahnen oder so, die wir machen. So eine Art, wie willst du sagen? Das ist vielleicht jetzt näher da. Auf Hilfe können wir das dann alles wieder zuhören. Und am Ende des Tages kann man dann sagen, geht die Strasse. Sonst. Auf Wiedersehen. Page down. So, nicht schlecht, hier der Ecke ist ein wenig eckig, Schöner so, ja ist besser, gut, sehr gut, cool, was wir heute nicht alles geschafft haben, Wasser, was fällt an, gut, 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 ja was macht Spass da zu schauen, wie das alles immer grösser wird. So, dann haben wir den Hügel hier auch angeschlossen, von dem her, wie es mit Strom läuft, Wasser ist grundsätzlich aber ein wenig schwierig jetzt im Augenblick, sehe ich gerade. Dann machen wir noch ein paar Pumpen nachher, da haben wir kein Problem. Und da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Warmwasser, sondern nehmen auf die klassischen Rohre, dann haben wir das hier so angeschlossen. So, und das Wasser ist schon wieder viel besser jetzt. Gut. Von dem her, alles ist voll da oben, perfekt. Ja, schau mal, der schöne Turm. Das ist das erste Spezialgebäude, das wir platziert haben. Cool. Was haben die da? Nicht genügend Kunden. Okay. Dann müssen wir grundsätzlich vielleicht noch irgendetwas machen, dass die Leute kommen. Wie sieht es inzwischen aus mit externen Anschlüssen oder Verbindungen. Was könnten wir noch machen? Flughafen haben wir noch nichts. Seilbahn könnten wir dann noch machen. Schiff. Schiff. Ich weiss gar nicht. Fähr- und Busknoten. Schwierig. Monorail. Oder natürlich einfach Attraktionen. Wir machen mehr Attraktionen. So, was haben wir denn? Konzerte. Das Festival gelernt. Wäre das auch etwas. Super. Das haben wir. Und was ist das da? Ein Fanpark. Ein Fanpark. Jaaa. Und das machen wir gleich nach vorne. So. Wir machen gleich hier hin. Sure. Sehr cool. Ja und da gibt es noch viele Sachen, die wir machen können, z.B. ein Tempelkomplex, dann haben wir hier verschiedene Stufen von Parks, Krankenhaus, das haben wir schon gemacht, was gibt denn das hier? Rundfunkgebäude, das können wir dann auch noch machen. Was ist das da? Ja, das Stadion, cool. Das, das Opernhaus, auch sehr schön. Das ist da so ein bisschen die Musik, der Musik geht in dem Fall. Gut. Ja, jetzt ist wieder mal dunstig bei uns. Aber im Grossen und Ganzen habe ich das Gefühl, es kommt gut, wenn nicht gerade wieder alles brennt. Aber die Feuerwehr ist gut und schnell im Einsatz, das haben wir jetzt gerade gesehen. Gut, 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 gut. Lärmbelastung, wie haben wir es da? Relativ viel hier. Ruhig ist nur so ein bisschen der Wohnquartier. Wie haben wir es dann so mit Zufriedenheit? Mehr Gesundheit ist das, was haben wir dann sonst noch? Verschmutzung würde mich mal interessieren. Das geht. Heizung, Freizeit. Gelände, Stadtviertel, Bodenrichtwert, Verkehr, Stufe, Strom, Wasser, Verschmutzung. So, also es geht eigentlich auch. Wir haben ein paar konzentrierte Orte, wo die Verschmutzung stattfindet. Also im Grossen und Ganzen muss man sagen, hey, sind wir gut im Rennen. Ja, ja, also von dem her machen wir weiter im gleichen Takt und schauen, dass wir weiter wachsen können in unserer coole Stadt. Ich danke wieder einmal mehr fürs Einschalten. Ja. Schauen wir mal. Geil. Mit Zeppelin und allem Drum und Dran. Also, wenn Sie Strassen und Grenzen in Gebiete neben Ihnen ab, damit Ihre Bürger einziehen können, erwarten Sie die Stadt um weitere Dienstleistung freizuschalten. Jawohl. Gut, danke. Kann ich dann schon wieder etwas kaufen? Kann ich eh nicht. Gut. Also, von dem her, soll es mal easy nehmen da. Hopp, hopp. Tschau. Ja, ja. Ich höre jetzt mal auf. Es war schon ein langer Tag. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschau.